Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Video. Leute, wundert euch nicht über die Auflösung. Ich habe das bewusst mal ein bisschen größer gemacht, egal ob man vom Handy, vom Tablet oder vom PC guckt, dass man das halt eben vernünftig sehen kann. Und in diesem Video geht es einfach darum, welche 29 Errungenschaften man halt eben in diesem Game erreichen kann. Und zwar gibt es natürlich die Möglichkeit, relativ simpel in einer Karriere 5 Grand Prix abzuschließen. Damit man so ein gewisses Durchhaltevermögen halt eben hat. 5 Grand Prix sind relativ schnell erledigt. Sollte man glaube ich schaffen, sag ich mal. Das sollte kein Ding sein. Über eine Regeländerung abstimmen ist auch relativ simpel. Das kommt auch relativ Anfang an der Saison. Ob man jetzt für die nächste Saison mehr Flügel fährt, weniger Flügel. Sollen die 30% weniger Leistung haben, 10, 20 oder was auch immer. Ganz einfach. Ein Autoteil entwerfen, da kommt ihr nicht drum rum. Ich meine selbst, also ihr müsst nicht speziell auf diese Errungenschaften schwitzen. Es ist aber super einfach, an diese Errungenschaft zu kommen. Heimwerker, Bau oder Verbesserung einer Einrichtung. Auch das ist ein Klick. Ihr müsst also nicht unbedingt gleich 20 Millionen ausgeben. Das reicht eine kleine Sache. Sollte relativ simpel sein. Auch den 1. Grand Prix im Karrieremodus abschließen sollte super entspannt sein. Also da müssen wir uns glaube ich keine Sorgen machen. Die ersten Punkte in einem Karrieremodus erzielen ist da vielleicht schon ein bisschen gewagter. Gerade wenn man vielleicht mit Alfa Romeo oder McLaren oder sowas unterwegs ist. Aber auf kurz oder lang werdet auch das ihr schaffen. Relativ simpel. Plan A. Weise eine Rennstrategie im Karrieremodus zu. Auch das ist per Mausklick super entspannt. Da müsst ihr noch nicht mal gucken, was ihr dafür machen müsst. Das passiert automatisch. Genauso wie Garantie abschließen, erfülle eine Sponsorengarantie. Auch das ist simpel. Da müsst ihr nichts groß für machen. Das passiert automatisch. Ein Teil nach meinem Geschmack. Baue ein Autoteil in dein Auto ein. Auch das ist simpel. Ihr habt irgendwann was designt. Ihr baut es ein. Super entspannt. Jetzt ist es natürlich so. Viele Hände machen bald ein Ende. Weise 18 Ingenieure gleichzeitig Projekten zu. Am Anfang ist das relativ schwierig. Du hast meistens 5 Ingenieure, vielleicht auch 10. Das ist so der Standard einfach. Irgendwann hast du das natürlich ein bisschen ausgebaut. Hast deine verschiedenen Einrichtungen, sag ich mal, gelevelt. Hast dann natürlich auch bis zu 20 Ingenieure. Kannst dadurch natürlich mehr Teile machen. Auch das ist auf kurz oder lang überhaupt kein Problem. Macht eh Sinn, das zu machen. Dem Team verbunden. Erreiche ein langfristiges Vorstandsziel. Auch das ist nicht gerade ohne, aber auch möglich. Also das Vorstandsziel ist ja relativ simpel von der Idee her. Je nachdem, was euer Vorstand halt eben von euch verlangt, müsst ihr das ja dementsprechend erreichen. Auch das ist relativ simpel. Aber ja, ich muss sagen, kommt nicht sofort. Da müsst ihr erstmal eine Season durch haben, sag ich mal. Und dann geht das los. Wie versprochen, er erreicht das Saisonziel des Vorstandes. Auch das ist, denke ich mal, selbsterklärend. An der Zeitachse Schrauben erhalte eine Challenge-Szenario-Trophäe. Das ist im Hauptmenü. Da werden wir nochmal ein extra Video zu machen. Konstrukteursmeister gewinnt die Konstrukteursmeisterschaft. Das dauert durchaus länger. Wenn ihr euch nicht unbedingt für Red Bull entschieden habt oder Ferrari, ist das auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich bin ja jetzt ja mit Mercedes unterwegs, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und das ist schon eine ganz, ganz wilde Geschichte auf jeden Fall. Und da muss man echt gucken, ob man da Durchhaltevermögen hat. Ist aber an sich nichts, was man nicht erreichen könnte. Es ist jetzt nicht so die heftigste Platin-Trophäe oder sowas. Aber man braucht da schon ein wenig Zeit für. Genauso wie die Fahrermeisterschaft. Ich versuche ja mit Hamilton gerade den achten Titel klarzumachen. Das wird in der ersten Saison, glaube ich, noch nichts werden. Aber ich denke mal, in der zweiten können wir das durchaus in Angriff nehmen. Die Boxentafel in Flammen. Beende ein Rennen mit der schnellsten Runde im Karrieremodus. Habe ich leider noch nicht geschafft. Es ist für Mercedes auch noch wirklich eine Hausnummer, das halt zu packen. Ich hoffe, dass ich zur Sommerpause in der F1-Hiner-Karriere ein paar Upgrades bringen kann, dass ich da nochmal ein bisschen mehr Power habe. Wir müssen gucken, wann wir das hinkriegen. Aber es ist durchaus möglich. So, Ben, ein Rennen mit dem schnellsten Boxen-Stop in Karrieremodus. Ey, Leute. Die Boxen-Crew von Mercedes, also zumindest im Spiel, ist absolut grottig. Man muss das einfach mal so sagen. Also da muss man echt gucken, dass man die Jungs nicht so wie ich am Anfang erstmal schön viel freigibt, sondern dass man die auch ein bisschen fordert, damit die halt wirklich perfektioniert arbeiten. Und es ist aber auch so, dass es von alleine irgendwann kommt, sage ich mal. Schießt in einer Karriere zehnmal ein Grand Prix ab? Ich habe jetzt sechs Stück hinter mir. Ich bin jetzt in Monaco. Auch das kommt vollautomatisch. Zeremoniestammgast. Erreiche in einer Karriere zehnmal das Podium. Das könnte bei mir schon ein bisschen knapper werden, aber auch das sollte grundsätzlich möglich sein. Vielleicht nicht in der ersten Saison, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, sage ich mal. Schließe eine komplette Saison ab. Das ist auch selbsterklärend. Erziele eine Pole Position. Sollte auch selbsterklärend sein. Die Zukunft im Blick. Schließe eine Autoteile-Forschung für die nächste Saison ab. Die habe ich gerade am Machen, bin am Tun. Von daher denke ich mal, sollte das ja auch zeitnah erledigt sein. Willkommen bei uns. Unterzeichne einen Vertrag mit einem anderen Fahrer oder Mitarbeiter. Könnt ihr Mitarbeiter nehmen. Ich meine, wenn ihr mit den Fahrern zufrieden seid, nehmt einen Mitarbeiter. Das ist eigentlich halb so wild. Sollte easy sein. Winner for one. Gewinne einen Grand Prix im Karrieremodus. Auch da muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Gewinne in einer Karriere zehnmal den Grand Prix. Das ist mit Mercedes echt noch eine Hausnummer. Nicht einfach. Durchaus aber möglich. Muss man ein bisschen Geduld haben. Ist aber machbar. Gewinne die fastest Pitstop-Wertung. Das ist schon übel. Also ihr müsst wirklich eure Boxen-Crew so managen, dass sie wirklich in jedem Boxenstopp, ja, eigentlich tadellos arbeiten. Und vielleicht habt ihr es gesehen, es gibt ja nicht nur eine Fahrerwertung oder eine KWM-Wertung, sondern das gleiche auch nochmal für die Pitstop-Wertung, sage ich mal. Da gibt es Punkte für. Ich bin wirklich mit Abstand Letzter und ja, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Dünenreiter. Gewinne in Katar im Karrieremodus. Das ist, denke ich mal, aufgrund der neuen Strecke. Was heißt die neue Strecke? Also die Strecke gibt es ja schon im Moment, aber jetzt in der Formel 1 ist sie halt eben neu. Ein Sprint, kein Marathon. Gewinne ein Sprintrennen. Ist auch selbsterklärend. Und was in Vegas passiert? Gewinne in Las Vegas im Karrieremodus. Und zack, habt ihr die Dinger durch. Das sind meine Errungenschaften und das sind halt eben die globalen. Und hier könnt ihr halt eben gucken, wie das aussieht. Momentan ist das hier anscheinend noch ein bisschen verpackt. Vielleicht wird das erst freigeschaltet, wenn die normale Version halt eben freigeschaltet ist. Oder wenn der Cloud-Speicher halt eben ist. Aber hier oben kann man halt eben wechseln zwischen dem, was ihr habt und was da halt eben ist in der Welt. Leute, was meint ihr? Sind die Errungenschaften, die 29 Stück, die F1 Manager 23 hat, sind die machbar? Oder sagt ihr, boah, ne, da habe ich gar keinen Bock drauf? Ich meine, im F1 Manager 22, wenn ihr euch daran erinnert, musste man ja die Boxen-Crew leveln. Man musste sie leveln, dass ein Wert mindestens 100 ist. Das hat ewig lange gedauert. Wirklich ewig lange. Da muss man wirklich viel Geduld haben oder immer alles durchskippen. Da muss man ein bisschen für sich selber entscheiden. Ich glaube, das ist hier definitiv einfacher. Ich weiß nicht, was sagen die Platin-Leute unter euch? Ist das für euch machbar? Ist das zu einfach? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Oder schaut auch gerne auf Twitch.tv Inward Master vorbei. Wir fahren jeden Sonntag auch selber Formel 1, managen natürlich jetzt auch viel. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da in Zukunft häufiger sehen, egal ob auf YouTube oder auf Twitch. Ich würde mich freuen. Ich bin bis dahin raus. Euer Inward Master. Bye, bye.